Hallo zusammen, ich bin Svenja und mache die 3-jährige Lehre als Gerüstbauerin EFZ beim Menzgerüste AG, Zwang an Daren und heute nehme ich euch in meinen Alltag mit. Für mich ist es schön am Gerüstbau, dass man nach dem Fürober sieht, was man geleistet hat. Und dass es messbar ist, was man geschafft hat und dass man immer draussen ist, bei Wind und Wetter. Man sollte mitbringen, dass man schwindelfrei ist, ein Handwerksgeschick und dass man gerne draussen arbeitet. Bis man 20 ist, hat man sechs Wochen Ferien pro Jahr und dann hat man fünf Wochen Ferien und hat einen sehr guten Lehrlingslohn. Wenn es nicht so läuft und ich dachte, dann gehe ich jemand anderes fragen, ob er mir auch helfen könnte. Und dann ist es meistens so, dass ich mir helfen kann und dann weiss ich für das nächste Mal, wie es geht oder wie ich es besser machen kann. Am allerliebsten montiere ich vom Gerüst und auch gerne grössere Häuser, weil es viel Arbeit gibt. Willst du auch zu unserem coolen Team gehören? Dann bewirbt jetzt als Gerüstbauer beim Menzgerüste AG Zwang an Daren. Das ist eine sehr gutartige Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.